Hallo, ich bin der Robert von die Draufgänger und ich spiele die Posaune, die grüne Posaune. Hallo, ich bin der Ruth von die Draufgänger und ich spiele die steirische Harmonika. Hallo, ich bin die Kathi und ich singe für euch. Hallo, ich bin der René und ich spiele Schlagzeug. Servus, ich bin der Albert und ich singe für euch bei den Draufgängern. Promi-Geflüster macht heute Station in Heilbronn. Heilbronn, warum? Da kommen wir gleich drauf. Und wenn ich die Jungs hier so anschaue, eigentlich, ja, Jungs und Mädels, sie versteckt sich, genau. Genau, Katharina, genau. Die Draufgänger mit Cordula Grün sind sie jetzt in der Vergangenheit, in der kurzen Vergangenheit bekannt geworden. Ja, es ging ab wie Schmitz Katze, kann man sagen. Hallo zusammen erstmal. Servus, danke schön für die Einladung, freut uns sehr. Bitte gerne, ihr seid gerade auf Tour, auf einer ganz speziellen, erzähl mal. Ja, wir sind gerade mit Florian Silbereisen bei der großen Schlagerfest des Jahres, Tour, die XXL, die Party des Jahres. Also ein ganz XXL-Name für eine ganz XXL-Tour. Und jetzt haben wir gleich die Hälfte der Tour geschafft. Das ist jetzt gleich so Halbzeitpause. Und es war einfach unglaublich bis jetzt, was wir da alles erlebt haben. Und generell diese riesengroße Produktion. 13 Lkw fahren jeden Tag von Stadt zu Stadt und bauen das Ganze auf und bauen das Ganze ab. Und es kommen immer zigtausend Leute zu den Konzerten. Wir sind eigentlich sprachlos. Wenn wir nicht unseren Text hätten, den wir singen müssten, wüssten wir nicht, was wir hier machen sollten. Okay, also definitiv was Großes, kann man wirklich sagen. Und wie geht so ein Tagesablauf bei der Tour? Ja, sehr speziell. Ganz anders, als wir es gewohnt sind. Das ist komplett durchorganisiert. Man hat so eine Hotelliste, man fährt von Stadt zu Stadt. Es gibt ein fixes Catering jeden Tag. Es gibt genaue Zeiten, wann die Abläufe stattfinden. Also das ist so gut organisiert. Wir brauchen uns eigentlich wirklich keine Gedanken machen, sondern nur pünktlich in unseren Bus einsteigen und in die nächste Stadt fahren. Wir haben jetzt gerade speziell heute eigentlich gewundert. Wir treffen uns in Heilbronn. Auftritt ist in Stuttgart. Passiert so etwas öfters, dass Hotel und Auftrittsort so etwas auseinanderliegt? Ja, also nicht öfter, aber manches Mal, weil es logistisch einfacher ist, weil wir morgen in Halle sind und es fährt ja ein 50er-Bus mit den ganzen Dancerinnen. Das wäre zeittechnisch gar nicht möglich, dass das der Fahrer machen kann. Dadurch kann es schon vorkommen, dass wir woanders das Hotel haben. Hättet ihr euch eigentlich jetzt vor ein paar Jahren dann noch gedacht, dass ihr da mal bei so einer Tournee dabei sein dürft? Herr Drina kommt ein bisschen vor, dass man dich auch besser sieht dann. Dass ihr überhaupt da mal so mitmachen dürft? Ja, also gewünscht haben wir es uns schon immer. Gedacht natürlich nicht, aber jetzt sind wir froh, dass wir dabei sind. Und ja, es ist wirklich mega. Also der Albert hat eh schon alles gesagt. Es ist richtig cool, dass wir da dabei sein dürfen und auch die ganzen Stars kennenlernen dürfen. Wir sitzen auch sehr oft nach den Auftritten an der Bar und unterhalten uns mit allen und lernen auch alle kennen. Und wir sind auch wirklich froh, dass auch alle so nett sind. Also wir kannten ja die ganzen Künstler, die auch dabei sind, nicht persönlich. Und jetzt kennen wir sie und jetzt können wir sagen, es macht richtig Spaß. Das gehört ja quasi auch dazu, zur großen Familie. Genau, ja und jetzt sind wir wirklich eine große Familie. Ihr zwei hinten, Katharina und Rudi, Rudi, René war da drüben. Genau, René, genau. Ihr seid ja jetzt eigentlich so die jüngsten Bandmitglieder, kann man sagen. Euch drei hier vorne, Robert, Albert und ihr seid ja wirklich von Anfang an bei den Draufgängern dabei. So, wo wir uns damals kennengelernt haben, 2001, 2002, so was, wo es losging. Ja, da habt ihr noch ganz andere Musik gemacht eigentlich, von den Ursprüngen her. Ja, das ist richtig. Wir haben uns einfach mit der Zeit entwickelt und am Anfang haben wir uns auch noch nicht getraut, jetzt wirklich das zu machen, was wir machen wollen. Das hat ein paar Jahre gedauert und dadurch hat sich unser Musikstil dann auch so verändert. Und ja, jetzt das, was wir jetzt machen, das ist einfach 100% die Draufgänger-Bur in seiner reinsten Form. Und ja, es ist Partymusik und das ist, weil wir einfach Party gerne machen. Ganz einfach erklärt, ja. Genau, und wenn man jetzt so der Termin dann durchschaut, ihr seid eines ganzen Jahres ausgebucht. Kaum ein Termin, der noch frei ist, oder? Ja, Gott sei Dank muss man sagen, weil das ist ja auch ein Privileg, dass man so viel spielen darf und dass die Leute sich immer freuen, wenn wir kommen und dass die Leute auch alle immer kommen. Das ist also wirklich schön. Ich meine, natürlich kann man nicht sagen, man opfert viel Zeit, aber wir machen das ja gerne und wir wollen das ja auch machen. Und von daher ist es schön und wir genießen das. Also da versprich ich, glaube ich, für alle. Und natürlich haben wir auch hier wieder eine CD, ich weiß jetzt nicht, wo sie hinhaltet am besten, dass man sie alle sieht, ich blende sie auch nochmal ein. Genau, grün, 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 warum, wieso, weshalb? Grün ist natürlich viel bei euch auf der Bühne, Cordula-Grün ist ein Ding, denke ich mal, ein Stichwort. Und ihr seid aus dem grünen Land Österreichs, oder? Ja, genau, grün ist schon lange unsere Bandfarbe und man sagt ja, die Steiermark ist das grüne Herz Österreichs. Und ja, mit Cordula-Grün, das passt einfacher. Da ist euch natürlich ein großer Wurf gelungen. Ich glaube, das ist ein Hit, der bleibt euch eigentlich immer treu, sozusagen. Obwohl, eigentlich das Original-Design von ganz jemand anders wiederum, oder? Ja, das ist von Josch, das ist ein Kollege aus Wien. Aber jetzt haben wir die neue CD, alle mal reinhören. Da sind lauter Hits drauf. Sehr gut, da haben wir wieder... Jeder, der sie noch nicht kennt, kaufen, kaufen, kaufen. Und auch in grün gehalten, genau. 13 Titel und was sind es für Nummern drauf? Ich meine, es sind bekannte teilweise, wenn man so liest, hier Schachwatt von Roland Kaiser, oder? Ja, also es ist so, bei diesem Album sind... Und du kennst alle noch nicht auswendiger? Ja, doch. Also wir haben sie ja alle auch selbst produziert. Ich brauche nur nochmal zur Auffrischung. Es sind natürlich wieder einige Cover-Nummern dabei. Es sind einige Nummern dabei, wo wir nur den Text verändert haben. Aber es sind jetzt, und das haben sich viele Draufgänger-Fans gewünscht, auch einige eigene Songs drauf, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Sogar so stolz, dass wir in ein paar Wochen ein Video präsentieren werden, zu einem unserer eigenen Songs. Nämlich zum Song Happy Wife, Happy Life. Und das Video haben wir schon abgedreht. Und es wird so lustig, es wird so toll. Also ihr könnt jetzt schon mal alle YouTube einschalten und einfach beim Draufgänger-TV-Kanal warten, bis das neue Video kommt. Es wird euch sehr gefallen, ja? Und den Kanal abonnieren. Natürlich, klar. Unbedingt. Ja, YouTube und die ganzen Social-Media-Sachen, die sind heutzutage ja nicht mehr wegzudenken. Wie wird es bei euch angenommen oder wie viele Fans habt ihr da mittlerweile auf den Social-Plattformen? Ja, also die Plattformen haben extrem viel geholfen, dass wir überhaupt so erfolgreich geworden sind, weil in der Zeit, wo wir uns neu aufgestellt haben, war das mit Fernseher immer weniger und man hat wenig Möglichkeiten gehabt, die Plattform zu verwenden. Und haben halt mit Facebook damals gestartet und die Videos haben dann einfach extrem gut auch funktioniert auf YouTube. Und uns war es einfach wichtig, alles soweit es irgendwie möglich ist selbst zu machen. Also der Albert produziert bei uns die Titel im Studio. Und er macht mit seiner Freundin gemeinsam auch die Videos und da gibt es keine Drehbücher. Also wir machen alles innerhalb unserer fünf Leute mit Team rundherum, aber halt keine großen Fremdfirmen. Und mit dem Internet kann man einfach vieles machen und die Plattformen sollte man auch nutzen, wenn es das gibt. Ganz klar, logisch. Und was erlebt man jetzt heute auf der Tournee, wenn man jetzt bei eurem Auftritt da so auf der Bühne steht? Ja, man erlebt sehr, sehr viel und wir wollen natürlich nicht alles verraten, weil sonst kommt ja niemand mehr zur Show. Deshalb bleibt das, würde ich sagen, ein kleines Geheimnis, was wir da machen. Aber wir wissen eh, die Medien haben schon auch sehr viel berichtet von der Tour. Es wird natürlich generell wieder bombastisch mit einem super tollen Knall, mit super tollen Knallern. Also es wird richtig cool und ja, auch unser Auftritt ist wirklich auch sehr besonders. Und ja, also man kann sich nur überraschen lassen. Wenn man jetzt vielleicht ein paar Töne musikalischer Art im Hintergrund hört, das ist ganz einfach. Hier steigt noch eine Party heute Abend. Wir sind im Hotel Markür in Heilbronn, so viel kann man sagen. Fürs Haus auch ein bisschen Werbung gemacht, genau. Und ja, jetzt natürlich gerade in aller Munde Corona. Weiß nicht, kann man es kurz so ansprechen? Wie steht ihr dazu? Also ich mag das bunte Gamma-Bier lieber. Aber wenn es sein muss, kann ich auch ein Desperados trinken. Aber Corona ist eigentlich nicht so mein Fall. Ich glaube, aller Mann, uns allen nicht. Aber ich glaube, es wird auch viel zu heiß gekocht, als es vielleicht ist. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht täuschen wir uns, aber wir glauben auch, dass ein bisschen überreagiert wird hier. Ja, Angst haben, dass wir nicht singen. Genau. Ja. Naja, also... Und schon abgehakt wird er. Ich meine, ihr seid natürlich da mehr dran. Also wir, von uns aus sagen wir jetzt keine Konzerte ab. Also wir würden gerne... Wenn es nach uns geht... Lampenfieber? Ein bisschen. Wenn es nach uns geht, finden einfach alle Konzerte weiterhin statt. Und wir werden ja sehen. Was kann man jetzt dieses Jahr noch erwarten? Was gibt es noch für Highlights, außer den Tourneen da jetzt noch? Highlights? Puh. Ja, im April haben wir unsere Hektar-Party, die wir selbst veranstalten. 18. und 19. April. Wir haben auch eine Kinder-Hektar-Party, weil so viele Kinder auch unsere Fans sind. Und ja, schaut vorbei zu unserer Heimat. Es wird eine tolle Party. Und ja, das andere Highlight, das ist unser neues Video. Wir haben so viel Spaß gehabt beim Videodrehschauen. Also ich freue mich selbst schon so drauf. Es war so ein Spaß. Und es wird noch ein Highlight. Ja, alle 100... Wie viele kommen noch? Alle 150 Auftritte, die noch kommen, werden alle Highlights. Sehr gut, sehr gut. Ne, klar, also... Malorca sind wir wieder. Malorca, Megapark. Megapark, ja. Am besten auf eurer Homepage nachschauen. Da stehen alle Termine drin, gell? Die-Draufgänger.at Punkt.at Auf Facebook, auf Instagram, YouTube, überall. Alles. Draufgänger. Klar, die ganzen Medien, Social Medien, da seid ihr dabei. Ganz genau. So soll es sein. Und ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schon auf die Uhr gucken, ihr müsst langsam euch auch wieder sputen, pünktlich beim Auftritt sein. Heute leider noch eine gute Dreiviertelstunde fahren. Dann euch einen schönen Abend, einen tollen Auftritt. Und ich sage mal, bis ganz, ganz bald. Grüße in die Steiermark. Und wenn ihr noch hetzt, eure Schlussworte in die Kamera. Zuerst mal Dankeschön für das Interview. Dankeschön an alle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, wir sehen uns bald bei einem Live-Konzert von den Draufgängern. Eure Draufgänger. Pfiat euch. Prima. Sehr gut. Danke. Vielen Dank.